guten morgen freunde für mich geht es heute nach barcelona ich hab schon geduscht ich hab schon alles gemacht, ich zieh mich jetzt ab und dann kann es auch schon losgehen ich hoffe das video unbedingt bis zum ende an es geht leute ich habe es zum flughafen geschafft ich sag ehrlich, ich bin um wieviel uhr? ich bin um 9 uhr 1.30 Uhr ich bin um 8.30 Uhr aus Haus gegangen ich höre schon, hier flughafen 9.15 Uhr ich dachte ich flug mich und so oder ich wollte schon diese auf Rennen mit Minus Aura aber ich weiß nicht wie ihr das macht oder wie ihr das zur Verfügung gestellt bekommt aber dieses Fastlane ist sehr ekelhaft Frankfurt Flughafen vor allem guckt immer wenn ihr Check-in macht, ob man dieses Fastlane kostenlos mitnehmen kann oder macht euch dieses Miles and More Account und dann könnt ihr das habt ihr das glaube ich auch kostenlos ich weiß nicht wie ich das bekommen habe, sag ich euch ehrlich aber schaut entweder Miles and More Account erstellen und dann kriegt ihr vielleicht dieses Fastlane kostenlos oder oder so oder das war Glück eins von beiden aber schaut auf jeden Fall unbedingt sehr wichtig ich bin jetzt angekommen ich mein es ernst der Flug war uncool ich mein es ernst da waren Turbulenzen ich hab meine Kopfhörer ich hab extra lauter gemacht mit Musik damit ich nichts von diesen Turbulenzen mitbekomme aber man hat es trotzdem mitbekommen das war sehr sehr hart ach das kommt nicht gut zu groß das ist einfach für mich allein die ein nicht die 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 Musik Es ist mittlerweile der nächste Tag, ich mein's ernst, es ist so warm, teilweise, aber guck mal, das Wetter, Leute gehen nicht raus, weil es zu warm ist Was geht, Leute, Tag 3, heute war ich mit der Fan, es ist der 24., ich bin gerade nach Hause gekommen, ich mache mich jetzt ready zum Ratzen Das war's von Tag 3, ich hab mich viel gesehen, ich hab ein paar Sachen gefilmt, ich guck mal, was reinkommt, aber morgen geht's weiter, auch drei, weil ich die jetzt noch pissen Und dann war's das weiter Läuft Okay, wir sind, gefilgt's erstmal draußen auf Kamera, weil es ist die ganze Zeit so warm, im Schatten geht's sogar noch, aber wenn ihr diese andere Seite seht, mach mal kurz, da ist die Hölle, da ist Hölle, ich glaub so heiß, es ist nur, oder, es geht einfach nicht Es geht, Leute, ich glaub das ist der härteste Schnitt, den ihr jemals gesehen habt, ich bin wieder in Frankfurt, ich hab fast meinen Flug nicht bekommen und so, deswegen konnte ich das ganze nicht filmen und war auch viel zu gestresst, um das zu filmen Ich hab schon von meinen Eltern und Familie und so verabschiedet, weil das ist das letzte Mal, dass ich die Seba fast nach Amerika gehe, deswegen gar keine Zeit gehabt, Kamera rauszuholen und so weiter Aber, nächster Vlog ist von Travis und dann ist Amerika, danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt Und wir sehen uns beim nächsten Video, was am Samstag, Sonntag rauskommt, haut rein Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.